Pro und Konter diese Woche mit einem neuen Sion-Trainer, der bei so einem neuen ist gar nicht, mit dem FC Basel, der zwei Gesichter hat, mit der NHL, wo plötzlich die Landbevölkerung aufständig wird. Und das Gleiche gilt auch für das Schwingen. Die schwingen plötzlich in der Stadt und der eine oder andere war verwirrt, haben wir gehört. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeindrückt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und dem Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch etwas erklären kann. Pro und Konter. Dino Kessler. Heiss, Emanuel Gysi. Hoi! Hoi, hoi. Diese Woche reden wir nicht über Konfischnitte, obwohl ich noch viel zu sagen hätte. Irgendwann ist mir eine Sinn gekommen, bei dir würde es ja dann heissen, das Brot fällt immer auf die Seite mit Käse und Honig. Letzte Woche haben wir lange. Acht Minuten hat einer von unseren geschätzten Kollegen eine Hand gestoppt vermeidet. Ist das so? Es ging, bis wir auf ein sportliches Thema gekommen sind. Weil wir zu Potten gekommen sind. Weil wir zu Potten gekommen sind. Nein. Aber wie meinst du, es fällt immer auf die... Ist das so ein Sprichwort? Man sagt doch, das Brot fällt immer auf die... Aber du musst Brot halten, das liegt ja schon. Ja, aber gut, damit es in dich reinkommt, musst du es ja aufheben. Also so stelle ich mir das vor. Und ja, die Asche auch gesehen, es ist recht konventionell. Ja, ich bin so erzogen worden, dass es gewisse Tischmanieren zu berücksichtigen gibt. Also zum Beispiel, was flüssig ist, statt rechts vom Teller. Und was nicht flüssig ist, links. Und dann hat man verschiedene Werksäge, wie Gabel und Messer. Eben, du benutzt sie sogar. Ja. Und unter anderem hat man mir auch beigebracht, das Konfibroh zum Beispiel nicht fallen zu lassen. Es gibt auch keinen Grund, dass man das aus der Hand verliert. Aber Fehler passieren. Das ist menschlich. Ja. Ja. Du darfst nicht so streng sein mit dir. Aber wir haben jetzt vorher über Fehler-Szenarien gesprochen, wo wir diskutiert haben, über was reden wir heute eigentlich. Und ein Thema, das sich eigentlich aufdrängen würde, wäre die Hockey-Nazi, die aber ärgerlicherweise permanent spielt an so einer Hockey-WM. Wir nehmen auf am Dienstagmittag, ein bisschen früher als sonst, es ist kurz nach den 12. Und in wenigen Stunden spielt die Schweiz gegen Kasachstan. Jetzt hätte man über die Shutout-Serie reden, wo es schöne historische Noten gibt, dass wenn es auch heute noch mal einen Shutout gibt, dass man dann auf Rekordjagd wäre. Oder auf Rekordjagd würde bleiben. Ein Schweizer Shutout-Rekord ist vier WM-Spielen in Folge, die man zu null gespielt hat. Als dann der Match, wann ist es am Donnerstag, der nächste? Oder die Slowakei? Die zusätzliche Noten würde noch verleihen, nach den drei Aufbaugegnern zum Start gegen Slowaken, ohne Gegengebleiben für einen Rekord. Wäre noch schön. Aber wir wissen nicht einmal, wie es gegen Kasachstan gelaufen ist, wenn die heute hängen. Und wir besingen da im Kevin Fiala seine feinen Hände und Jonas Siegethaler, der kommt, und Nico Hischer, der kommt. Ja, warten wir doch noch ein paar Tage, bis wir ins Detail gehen. Dann können wir mehr sagen. Vielleicht nächste Woche. Trotzdem bleibt hoffentlich, dass nichts passiert gegen Kasachstan. Also eigentlich sollte nichts passieren. Wir rechnen nicht damit. Aber ich hoffe nicht, dass es einen Schadock gibt. Ich muss sagen, ich hoffe, dass es gerade in der ersten Minute ein Gegengoal gibt. Weil all das, was Serien anbelangt, das tut in einer Mannschaft einfach nicht gut, vor allem Erfolgsserien, weil man weiss, irgendwann hören die auf. Das ist bewiesen. Sie hören irgendwann auf. Du weisst zwar nicht, wann, aber das Risiko, dass sie genau dann aufhört, wenn sie nicht will, oder dass sie etwas auslöst, und das ist fast immer so in einer Mannschaft, ist viel zu gross. Was hast du davon, wenn du zu null spielst und nachher trifft es im Viertelfinale? Du verlierst gegen die Deutschen aber keinen ... Aber du verlierst ja nicht, weil du vorher zu null gespielt hast. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es löst etwas aus. Du beschäftigst dich nachher mit einer Serie, die nichts zu bedeuten hat. Fünfmal hintereinander zu null gewinnst, wegen dem kriegst du nicht mehr Punkte oder bist schon im Viertelfinale oder bist schon im Halbfinale. Es nützt dir nichts. Es ist einfach statistisches Nebengeräusch, was lustig ist für uns, um das zu beobachten. Aber es bedeutet für die Mannschaft nichts. Goalie, klar, aber jeder hat dann das Gefühl, ja nein, dann bin ich der Nächste. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einen kriege, die steckt. Steckt sie wirklich? Die steckt, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu null spielt, ist nicht sehr gross, das ... im Sport, also ... Der Gegner soll ja ungefähr irgendwo auf Augenhöhe nicht gerade sein, aber doch ... Überraschungen sollen möglich sein. Ist die Wahrscheinlichkeit nicht jedes Mal gleich gross, wieder von neuem? Das ist wie, wenn du ein Roulette spielst. Ich glaube nicht. Es tut sich einfach irgendwann ausebnen. Ich glaube, gut, da müssen wir tief in die Mannschaftspsychologie hinein, was sich abspielt dann. So eine Erfahrung kann ich sagen, man ist sehr stolz und nachher hofft man, dass das Zeug bald vorbei ist. Auch so eine Erfolgsgewinn-Serie, weil, weisst du, irgendwann hört es auf. Und nachher wirst du an dem gemessen, die haben ja mal 15 Spiele hintereinander gewonnen. Und ... Schön für die Statistik, aber für eine Mannschaft selber glaube ich nicht, dass es viel bedeutet. Darum hoffe ich, dass es gegen ein Goal gibt gegen Kasachstan. Aber nicht zu viel. Sehr gut. Da kann man unbeschwert gegen Slowaken spielen, wo dann wieder ein anderer Grabmesser sind am Donstag. Sind wir gespannt. Wir sind gespannt. Wie das rauskommt. Reden wir über eine Mannschaft, die ja schon einiges erlebt hat. Von Erfolgsserien kann man nicht zwingend reden. Im Fall vom FC Sion. Dort hat man am Wochenende eine Serie vorgesetzt, nämlich, dass die Trainer in Sion eine vorübergehende Erscheinung sind. Das hat erstaunlicherweise nicht Christian Constantin, sondern Wolfgang Holzhäuser mal gesagt, der bei Bayer Leverkusen lang Geschäftsführer war. Ich glaube, ihm wird das Zitat zugeschrieben. Das gefällt mir sehr gut. Der Trainer ist eigentlich eine sehr vorübergehende Erscheinung. Der jüngste Fall in Sion, David Petoni, zehn Spül gemacht, zwei Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen, macht acht Punkte, heisst 0,8 Punkte pro Match, schliesst sich eine relativ verheerende Bilanz. Und möglicherweise muss man diese Statistik noch anpassen, weil vielleicht hat er gar nicht fertig gehostet. So richtig. Mindestens hätte man das vermuten am Samstagabend, nachdem der Reto Ziegler auf SRF das Interview gegeben hat. Es ist wirklich schlimm, wie wir angefangen haben. Vor allem in der Situation, in der letzten in der Rangliste, nach acht oder neun Minuten 3-0 auswärts, egal, gegen Wetter, das darf nicht passieren. Und ja, ich glaube, leider, leider wird der Trainer ab morgen nicht mehr mit uns zusammen sein. Der Präsident ist verrückt. Gibt es so etwas nur in Sion, oder ist das auch sonst möglich? Ich glaube, der Trainer ist nicht mehr dabei. Wahnsinn. In der Pause vielleicht möglicherweise entlassen. Er musste dann ein bisschen zurückgerudern, weil Christian Constantin, unserem Kollegen Alain Kuhnz, eines am Morgen das nicht bestätigt hat und gesagt hat, nein, nein, der Paar ist eigentlich nicht entlassen und nach dem Match ist er gerade heim. Was nicht heisst, dass er ihn dann nicht wirklich entlassen hat. Und dann am nächsten Tag hege ich den Beton in den Rücktritt angebotten. Der CZ wollte aber auch dort nichts wissen, zuerst davon. Und dann ist am Montag ein Kommuniker gekommen, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber es ist ein, wirklich mit einem Satz hat man verkündet, dass jetzt Herr Betoni nicht mehr Trainer ist. Und dafür Paolo Tramezzani zum vierten Mal in Sion anfängt. Zum dritten Mal kehrt er zurück. Der Mann, der auch diese Saison angefangen hat, im Nachhinein muss man sagen, gar nicht so schlecht. Er ist besser gelaufen, als nachher mit Herrn Celestini und Betoni. Und jetzt versuche ich das also noch einmal. Ich weiss nicht, wo willst du anfangen? Ich weiss es noch nicht. Die Frage ist, ob es jemals aufhört. Jemals. Bin ich sicher. Anfangen kann man immer wieder mit dem nächsten Trainer, der entlassen wird. Es ist einfach ein anderes Geschäftsmodell, scheinbar. Ich habe schon gesagt, ihr seid gar nicht interessiert daran, sportlich wahnsinnigen Erfolg zu haben. Vielleicht einmal im Goebb-Final. Der Goebb ist ein anderer Wettbewerb. Da ist es sicher mehr möglich. Aber ihm geht es vor allem darum, Spieler zu kaufen und zu verkaufen, glaube ich. Aber trotzdem, wenn du ein bisschen erfolgreich bist, besser dran, weil du die Spieler dann in einem anderen Schaufenster präsentieren kannst. Es ist wahrscheinlich sehr zynisch, das bestimmt. Ich kann auch nicht daran glauben, dass eine Mannschaft so irgendwo hinkommt. Selbst wenn nur den Spielermarkt im Sinn hat, musst du doch schauen, dass die so gut wie möglich Cash verkaufen, zum sie verkaufen. Dann mit dem ständigen Trainerwechsel. Da ist eine konzertierte Teamleistung über längere Zeit gar nicht möglich. Wie willst du da etwas aufbauen? Aber eben, das ist ja nicht sein Ziel. Es ist nur komisch, dass das funktioniert. Das ist irgendwie dann halt auch ein Beweis dafür, in welchem Zustand die Super League ist, wenn einer, der so gut schiert, tatsächlich sich immer wieder hält. Funktioniert es denn? Ja, es funktioniert immerhin so, dass er nicht abstiegt. Bis jetzt? Bis jetzt, ja. Aber eigentlich ist das, ja, das ist, eben zynisch schon gesagt, aber jeder weiss eigentlich, so etwas kann nicht funktionieren im Profisport. Du brauchst gewisse Konstanz, wenn die Konstanz heutzutage nicht mehr die gleiche Lebensdauer verspricht, wie das früher war. Aber gewisse Konstanz brauchst du. Ein Trainer muss Zeit haben, um seine Handschrift hinterlassen. Also man sieht, der macht irgendetwas mit dem, aber wenn du die Zeit nicht hast, kannst du es gar nicht richtig bewerten. auf eine Art hat man das Gefühl, bei Christian Konstanz geht es auch darum, immer noch einen draufzusetzen, in irgendeiner Form. Also die Trainerentlassung, ich weiss nicht, er ist ja kein unintelligenter Mensch, muss man sagen. Er hat durchaus auch schon reflektierte Momente gehabt, aber dort, es ist wie wenn er eine Balotelli hält, es ist dann sehr viel unterhaltig, was darum geht, ist mein Eindruck. Du sagst zynisch, weil Trainer sind auch Menschen, es gibt Leute, die sehen das potenziell anders, Peiligerwitz und stimmt da nicht selbstverständlich. Ja, man kann sich dann schon überlegen, was macht er, wie schiebt er eigentlich die Schachfiguren auf dem Brett umeinander und weiss er wirklich, was er tut. Man hat ja dann, also spannend wird es dann, wenn er eben anfängt, Leute zurückzuholen. Erstaunlich ist auch, dass die zurückkommen, weil man erzählt ja wahnsinnig viel Negatives über Christian Constantin, eben es ist ein Puff, die linke Hand weiss zum Teil nicht, was die rechte tut und umgekehrt. Man fehlt sehr impulsiv Entscheide, aber Paolo Tramezzani ist jetzt auch nicht der erste Trainer, der ein zweites Mal an der Seitenlinie steht im Wallis oder ein drittes oder ein viertes Mal oder ein zweites Mal Gingera, der noch einmal zurückkommt. irgendetwas muss er dann haben, oder, als Patron von diesem Klub. Ich habe einfach das Gefühl, dieses Mal hat er den Bogen überspannt. Also jetzt hat er im Prinzip, der Tramezzani hat den Saisonstart bekommen, den hat er vernünftig über die Bühne gebracht, dann hat es so ein bisschen Sturm gegeben, als der Balotelli kam, das hat dann ja mässig funktioniert zwischendurch. Dann hat man 2-7 verloren gegen St. Gallen und das ist dann der Grund für die Entlassung gewesen, weil die Legende beseit, also der Konsolat hat das so formuliert, dass Tramezzani sei unmittelbar nach diesem Match in die Ferien und dann können er auch gleich dort bleiben, so ungefähr. Auf das hat man Celestini geholt und dann ist es richtig steilberg abgegangen und jetzt ist man im Prinzip wieder dort, wo man angefangen hat. Also jetzt hat man einen Trainer, der man möglicherweise eher aus der Laune rausgespickt hat wieder zurückgehalten und der soll uns jetzt irgendwie noch reparieren. Also es wird schon spannend sein, ob da irgendjemand etwas lehrt. Das ist die Frage, ja. Wobei ich habe den Verdacht, nein. Nein, ich glaube auch nicht. Es deutet nicht sehr viel darauf, weder von der einen noch von der anderen Seite, weil erstens einmal er verändert sein Verhalten in den und der CC offenbar funktioniert es für ihn irgendwann durch und für die anderen ja auch. Also Tramezzani zum Beispiel, wenn da alles schief gelaufen wäre, ich sage jetzt namentlich Bezahlung, dann kommst du ja nicht zurück. Dann wird es hoffentlich, dass du dann das Geld kriegst, das er einem noch schuldet von vorletztem Mal, wenn du wieder da bist. Vielleicht dann das, dann musst du aber die ganze Zeit wieder zurück. Nein, das ist jetzt sehr verwirrend. Macht auf den ersten Blick keinen Sinn, aber irgendwie muss es gleich funktionieren. Nur das Geschäftsmodell, wenn der mal absteigt, dann wird es dann bitter. Wie lange ist das? Weil dann kommen dann auch die Spieler nicht mehr. Irgendwo hat die Super League ja gleich noch mehr Glanz, wenn du von dem reden willst in diesem Zusammenhang als Challenge League für die Spieler, die sich präsentieren irgendwo auf einem Markt. Ja, definitiv. Wenn du von dem Geschäftsmodell lebst, dann bist du in der Challenge League also definitiv am falschen Ort. Also du müsstest schon gleich irgendwo durch an irgendeiner Konstanz haben, dass du wenigstens behaupten in dieser Super League und das gelingt dem halt bis jetzt. Also sagt er ja gut, funktioniert ja. Nur wenn er mal runtergeht. Gut, wenn er wirklich abstiegt, dann verklagt er einfach irgendjemand. Klagt gegen seinen Abstieg. Nein, seine Ziele sind ja schon höher. Du sagst, klar, er hat über das schon gesprochen, das stimmt. Es geht immer darum, die mal wieder einen teuer zu verkaufen. Aber die Ambition, wenn man sich überlegt, wie Christian Constantin zu funktionieren scheint, was ja sehr viel um Stolz geht, muss ja dann schon sein, auch eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die etwas erreicht. Darum reagiert er ja so seltsam. Aber wo ersichtlich durch was? Der hat ja nichts. Also der FC hat nichts, was zum Beispiel den FC Basel hat. Der FC Basel versucht ja wirklich gute sportliche Leistungen. Das klingt jetzt auch fast ein bisschen ironisch gemeint. Aber dort ist der Versuch, gut zu sein, ernsthaft ersichtlich. Das ist zu bestreben, man will guten Fussball spielen. Beim Constantin merkst du das nicht. Er kann schon sagen, er hat gerne, aber sein Verhalten deutet auf alles andere hin. Du kannst so einfach nirgendwo hinkommen, das ist nicht möglich. Du bist auch ernsthafter Gegner gegenüber gesetzt. Die anderen machen das nicht. Die haben Trainer, die sie arbeiten lassen. Der muss das System implementieren, der muss schauen, dass das zu spielen kommt. Der Einfluss auf die Mannschaft kann. Wenn das nicht möglich ist, bist du in einem Umfeld nicht in der Lage, erfolgreich zu sein. Dann bist darauf angewiesen, dass der Klon im Umzug bist. Das ist er. mit seinem FC Sion viel zur Unterhaltung bei. Aber ernst nimmt den niemanden so. Sportlich ist der irrelevent. Der FC Sion spinnt und immer wieder den Trainer entlädt. Das ist eigentlich kein Schlagzeil mehr wert. Wenn man heute schreibt, wie wir machen, Knall im Wallis. Nein. Das wäre ja so. Im Wallis aber Knall ist eine Überraschung. Die Frage ist immer, wer hat Knall? Apropos Knall, du hast ja auch den oder anderen Präsident erlebt in einer Zeit, in der Schweizer Sport noch mehr Figuren hatte. Ich möchte nicht mit Christian Constantin vergleichen. Bitte nicht. Aber wer war der schrägste Präsident? Was du erlebt hast? Ja, es gibt verschiedene Varianten. Es gibt Schräge, die aber einen guten Kern haben. Es gibt Schräge, die eigentlich nur schräg sind. Über die möchte ich nicht reden. Dann reden über die guten Kern. Zum Beispiel Thomas Domänig in Chur. Eigentlich eben mit Herzblut. Er war auch Mäzen. Er hat viel Geld gepumpt. Aber auch mit Leidenschaft. Er hat auch mal in einer Pause einen Ausländer entlassen. John Anderson kam frisch . war eigentlich defensivstürmer in der NHL. Ein kantiger Typ, aber nicht in der Lage, ein Spiel anzukurbeln. Das hat er nie gemacht. Der Fehler ist nicht beim Spieler gelegen, sondern bei dem, der er rekrutiert hat. in der ACB sollen. Das war immer schon ein anständiges Niveau. Auch dort schon. Es ist ein bisschen schneller geworden, aber eigentlich geht es immer noch um das Gleiche. Er geht nicht in der Lage, um die Spiele anzukurbeln. Domänig in der Pause hatte man so einen Leder-Mäntel an. Es war schon eine muskuline Szene. Kabinettür hoch, reingestürmt. Ich wusste nicht einmal, wie der aussieht. Er hat gefragt, wo ist der Herr Anderson? Wer ist das? Und dann hat er noch abgewunken. Er geht wieder verschwinden. Kehrt um. Er hatte so einen Autorast dabei. So Leute, sektären Begleiter alle dahinter gestanden. Dann der Domänig ausgerufen, umgedreht, an denen vorbei und die alle wieder schön zur Kabine raus. Die Ränder sind nicht raus. Er hat natürlich nichts verstanden. You're fired. wieder gehen. Also hat der Spieler mitteilt, dass er gesagt, dass er nicht lang war. Sie sind so auftrig gewesen. Er war entlang, oder ist er noch ein, zwei, drei Mal gekommen? Nein, er ist nicht mehr gekommen. Er ist noch Probezeit gewesen. Ich weiß nicht, wie die Verträge gemacht worden sind. Aber da ist man erstaunt und lacht drüber. So weit weg, ist man nicht Profisport Eishockey in der Schweiz, siehe SCB und Marc Glütti, die Trainer direkt nach dem Spielen gelassen hat. nicht einmal nur Marc Glütti. Beim SCB scheint das zum Repertoire zu hören. Das sieht nicht gut aus. Das macht kein Mut, Spieler, dass es professionell geschafft wird. Man kann sagen, man muss das machen aus Unterhaltungsgründen oder weil wir sicher sind, es geht nicht anders, aber eigentlich so stehst du nie im guten Licht. Es geht immer um den Markt der Spieler. Der CC braucht den Markt auch, der muss funktionieren. Das ist auch Mundpropaganda. Der Spinn im CEO, aber du wirst immer gut gezahlt. Das reicht zum Teil schon als Argument. Das muss für Trainer auch sein. Aber irgendwann, wenn du in der Challenge liegt, ist das Interesse vielleicht um 50% mindestens geringer, bis dann einen bekommst, in welchem Schaufenster präsentieren. Da musst du überlegen, was das für eine Wirkung tun. Wie damals in der Garder oben. Der Standort ist auch nicht mehr ernst zu nehmen. Obwohl Herr Domenig sehr seriös war. Wenn er etwas gesagt hat, war es noch ein Zitierter. Früher der Handschlag hat noch alles gesagt. Er hat aber gestimmt und sehr viel Leidenschaft. Aber eben auch die Kurze Lunte, die nicht kontrollieren konnte. Das macht keinen guten Eindruck. Das sollte man nicht machen im Profisport. Aber es ist natürlich für die die sehen und sehr unterhaltsam, weil es völlig aussergewöhnlich ist. Im Faision weiss man ja eigentlich, du sagst, er spricht sich rum. Nehmen David Betoni, der entlassen wurde, er kann nicht gewusst haben, was auf ihn zukommt. Unmöglich. Schindbach hat ja sogar der Sinedine Sidan mit dem CC telefoniert, hat der CC uns dem Kollegen Alain Kunz vor ein paar Wochen erzählt und den Betoni empfohlen. Offenbar hat den Aufwandbetrieben im Sidan gesagt, wir reden mit dem CC über diesen Job. Job. Also du gehst davon aus, dass Sidan den CC hat. Ja, schon. Ja, aber du sicher, dass das stimmt? Dass Sidan sagt, «Seguisa, Célui»? Ja gut, aber jetzt weiss wer es ist. Und vielleicht, wer weiss, es gibt ja, kennst du Cameo? Das ist so eine Webseite, App, whatever, wo Prominente buchen für einen Betrag, dass sie normalerweise eine Videobotschaft aufnehmen, kostet irgendwie etwas dazwischen. Ich habe es schon lange nicht mehr nachgeschaut. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, habe ich zu meiner grossen Freude Thomas Ravelli gefunden, Held von meiner Kindheit schwedischen Fussball-Nazi-Gohli WM 94 Platz 3 rausgehackst. Ein Mann mit, ich glaube, eben nicht Schnauze. Ich glaube, der hatte nie einen Schnauze gehabt, aber ich will ihm immer einen Schnauze anrichten. Schütteres Haar, aber keine Schnauze. Aber eine sehr lebendige Ausdrucksweise hatte er. Genau, sehr unschwedisch, wenn man so will. Ein Schalutmaler ist dahergekommen. Genau, auch sehr von der Körpersprache her relativ ein Hingucker. Auf jeden Fall Thomas Ravelli kam auf Camio buchen und vielleicht ist das bei dem Sidan auch so. Und Betoni kennt ihn eigentlich sowieso nicht so gut, seit seinem Zusammenarbeit keinen Kontakt mehr. Und hat einfach gesagt, ja, da rufen sie bitte an, Herr Sidan. Und er hat das dann gemacht. Ich würde es nicht ausschliessen, wer weiss. Stell dir mal das vor, irgendjemand meldet oder schreibt dem Sidan, «Allo, sie, sie, so und so, von Camio. Il y a en en Suisse. S'appelle Constantin. Il aimerait bien.» Dann muss der das machen. Ja, so kommt es raus. Dann müsste es schon fast vorstellen, dass Sidan irgendwie das Geld braucht. Aber so jung ist er nicht mehr, dass er kann, dass er ich bin jung und habe das Geld gebraucht. Und er muss sich mal entschuldigen. Ich glaube, so arm ist er auch nicht. Er muss sagen, er ist mittel Geld oder ein älterer Herr und braucht Geld. Sonst hätte er sich wirklich verdun finanziell, was man so gehört. Das hätten wir mit bekommen, sagen wir es so. Was ist denn eigentlich, wenn der CC mal nicht mehr ist? Vielleicht als abschliessende Frage- und Antwort-Szenario. Und der CC nimmt dann den Sohn, den Bart. Der CC hat ja angekündigt Wortreich, dass er den FC Sian jetzt sowieso Abwickle demnächst und in die Promotion League gehen, weil es lohnt sich nicht mehr und er will sich das nicht leisten. Lieber lokale Spieler und überhaupt. Das würde bedeuten, also ich würde das sehr bedauern, weil ich finde der Unterhaltungsfaktor ist hoch. Ich finde auch, die Region im Wallis hat tatsächlich Sport auf einem hohen Level verdient. Der FC Sian hat auch eine gewisse Tradition. Ich würde es auch bedauern, weil Bart Constantin nicht mehr auftauchen in der Öffentlichkeit, was mir immer eine Freude ist. Er hatte mehrere Auftritte, er war Sportchef schon eine Weile, und mehrere Auftritte kam, vor laufender Kamera in sehr faszinierende Outfits Auskunft. Er schumpft über eine Schiedsrichterentscheidung geschumpft. In einem Interview – ich weiss nicht mehr, ob es Blue war oder SRF war, tut mir leid. Er hat eine Louis Vuitton-Hömmle, bunt, mit diesen Louis Vuitton-Logos, welt durcheinander aufgedrückt, offen bis irgendwo aufs Brustbein runtergeknöpft. Er schumpfete vor sich hin. Letzte Woche ist er in einer Adidas-Gucci-Jacke knallblau auf der Tribüne gesessen. Jetzt kann man mir sagen, dass die jungen Leute heutzutage Vielleicht ist das so. Es ist mindestens ungewohnt für einen Sportchef. Für mich ist es so ein bisschen… Wir haben schon über Juker gesprochen. Die sehr gute Fernsehsage aus dem Wallis. Er sieht aus als direkt aus Juker Kiem. Von dem her fände ich es sehr schade, wenn Bart Constantin verschwinde. Der Unterhaltungsfaktor wäre wirklich tiefer. Ohne die Constantin ist von dem her bitte bleiben. Aber eine gewisse Sozialverträglichkeit vielleicht in irgendeiner Form einen Schritt machen würde, wäre auch schön. Die Frage ist, geht das? Wahrscheinlich nicht. Kaum. Kann man es auch nicht vorstellen, ich habe es gerade versucht, aber irgendwo sind die Zaren nicht stecken geblieben im Kopf. Apropos stecken bleiben. Genau. Der FC Basel steckt irgendwo in einer Schleife, es wiederholt sich immer aus. Unter der Woche zeigt man sehr, sehr gute Leistungen, zum Teil herausragende Leistungen in der Conference League. Dort ist man mittlerweile bekanntlich im Halbfinal, wo man gegen die Anziel für Eurentina das Heispiel sogar gewonnen hat mit 2-1. Sehr, sehr gute Leistung. Am Wochenende in der Meisterschaft sieht es anders aus. Dort hat man zuletzt, und das ist nicht das einzige Beispiel, 1-6 verloren. In St. Gaulle wirklich eine schallende Ohrfeige, anders kann man es nicht sagen. Für eine Mannschaft, irgendwie noch Europäisch spielen soll, wie erklären wir das Heu und Hot. Macht überhaupt keinen Sinn? Nein, es macht keinen Sinn, aber es deutet auch darauf hin, dass irgendetwas nicht stimmt. Einfach nur zu sagen, man ist in dieser Conference League noch vorne dabei und will etwas erreichen und verzichtet dafür auf die guten Leistungen. In der Super League, die ja die heimische Meisterschaft ist, sehr wichtig ist, bread and butter der FC Basel mit dem anderen rechnen, man muss dort vorne dabei sein und es ist finanziell eminent wichtig, dass der FC Basel nächstes Jahr wieder Europäisch spielt und Garantie, das aus dem Europa-Cup direkt zu holen, dann musst du Titel gewinnen. Nehme ich an, Finalteilnahme allein, lange nicht. Du kannst nicht siebten werden in der Super League, aber reicht das noch für irgendeine europäische Klasse? Nein, Platz 5, dann erfinden es noch eine nächste sind weiter. Ausser, du bist nicht Basel, weil wenn Basel die Conference League gewinnt, dann reicht möglicherweise auch Platz 6 für einen europäischen Platz. Wir sind einfach so eine gute Liga, dass wir uns dabei haben möglich Wettbewerb werden. Das würde man glauben zu versuchen zu können im Futur 7 rückwärts, wenn nicht die Österreicher auch 8 hätten oder 7 oder 6 oder 5. Völlig zu Recht. jetzt die Basler. Ja, das ist ein komisches Konstrukt. Seit drei, vier Jahren sind da verschiedene Kräfte am zerren und solange das nicht besser wird, ändert sich das auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, immer wieder die Virenauftritte von diversen Exponenten. Einmal ist der Präsident, kommt der Trainer wieder, der wirkt, als ob er die ganze Zeit auf Kieselstein um kauen würde. Ein gewisses Mass Empathie gehört auch zum Sport. Du musst die Leute für dich gewinnen. Das strahlt alles ab. An der Seitenlinie steht, du hast den Spieler und siehst die Fratzen und möchtest am nächsten die Scheibe einbrechen. Ein bisschen entspannter. Ja, aber unter der Woche scheint es zu funktionieren. Das ist ja der gleich Trainer. Du meinst Heiko Vogel, Interimstrainer. Sportchef, der momentan an der Seitenlinie steht. Nennen kein Name mache ich nie. Das ist einfach nicht entspannt. Das ist einfach nicht entspannt. Ja, aber es ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. In der Super League treten es mehr auf und da sind die Leistungen höchst volatil. Ja, das kann man sagen. Im Europa Cup geht es wahrscheinlich die Mannschaft dann einfach das Gefühl da, spielt nicht mehr so eine Rolle. Da sind wir eh schon erfolgreich. Das ist ein gewisser befreiender Faktor, der dann vieles übertüncht, was sonst nicht gut läuft. Aber sie müssen ja, sie sind darauf gewiesen, dass sie in der Super League wieder füllen kommen, damit es europäische spielen können und damit gewisse Einnahmen garantiert sind. Ich glaube, die sind schon recht klamm. Die Basler. Die sind klamm. Das ist eigentlich erstaunlich, dass die das nicht herbringen. hat schon ein Verlustgeschäft. Und wenn das nicht stopfen mit Einnahmen, also wenn du zum einen relativ hohe Ausgaben hast, das hat man in Basel immer noch, also die Zahlen, die vor nicht allzu langer Zeit für das letzte Geschäftsjahr rausgekommen sind, dass Personalaufwand, also Spielerkader, immer noch etwa gleich hoch wie der von IB. Also man sagt, das brauche ich bis 2025, bis das bereinige Zigi. Ja, ich weiss jetzt nicht, wie das genau ist. Wahrscheinlich ist dann der letzte Vertrag, der noch vom alten Regime abgeschlossen wurde. Es läuft dann aus. Gleichzeitig die Strategie von David Degen, sehr, sehr grosse Talente zu holen, zum Teil auszulehnen, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so billig, wie es auf den ersten Blick wirkt. Zwar lehnt man diese aus und hat eine Kaufoption, aber die kommen zum Teil aus liegenden. Wir haben Andi Zekiri in Brighton unterschrieben, also der wird Premier League artig entlöhnt, auch wenn Brighton irgendetwas übernehmen von dem Lohn soll. Oft ein Freibargist, der wird nicht für einen Abblundernei spielen, das gleiche geht für einen Dioff zum Beispiel. Es gibt eine Reihe von Spielern, die wahrscheinlich anständig verdienen. Das kann man sagen, das sind Leistungsträger, das trifft ja auf die genennten Spieler jetzt zum Beispiel zu, aber das hat logischerweise zur Frage, dass die Spirale nicht so schnell gestoppt wird, wie man sich das vielleicht auch von aussen mal vorgestellt hat. Jetzt, auf eine Art, ich habe gestaunt am Wochenende, wie der Heiko Vogel all-in geht in Sachen Europa. Also, man hat das europäische Geschäft, das man über die Liga erreichen kann, und das ist gefährdet, weil man immer rum zwischen Platz 4, 5, 6, 7, in Schlagdistanz, aber jetzt sollte man langsam die Ränge fix machen, sie hat noch drei Runden zu spielen, vor dieser Runde vier, und dann hat man den jetzt, an diesem Donnerstag, also sprich, englische Wochen, kurze Abstände, zwischen den Spielen weniger Regeneration, und dann läuft man auf mit einer Mannschaft, in der neun Spieler verändert sich im Vergleich zum Florenz-Matsch. Man hat genau zwei Positionen beinhalten, man hat zwei Positionen müssen ändern, weil Bercher und Xhaka gesperrt sind, logisch, nach ihnen Platzverweise gegen FZZ, aber jetzt kann man sagen, man rotiert irgendwie durch. Man kann sagen, man kann dann auch sagen, die Spieler, die man rausrotiert hat, wechselt man dann aber in der Pause wieder ein, weil man trotzdem noch Punkte zu holen. Man könnte auch mit dem Ansatz reingehen, wir fangen mit denen an, versuchen, einen stabilen Auftakt zu bekommen, vielleicht sogar ein Go vorzulegen und dann wechseln wir wieder. Nachhinein ist man immer schlauer, das ist auch klar. Aber es ist eine erstaunliche Rangehensweise und sie wird noch ein bisschen erstaunlicher, wenn man David Degen an der GV gehört hat, der sehr klar gesagt hat, wie du es formuliert hast, vorhin Brot und Butter in der Nationalen Meisterschaft eigentlich gehäut werden oder zählen. Das ist ein Satz, den ich nicht mehr rauskomme. Jetzt hast du irgendwie mit Bredouille geschwätzt. Brot, Butter und ich glaube, man weiss. Ich weiss auch nicht über Konfit draufschmiert, Geschäft ist, dann tut man gar nicht aus dafür, sich zu qualifizieren. Der FCB hat die sehr löbliche Ausnahme, IB hat es ein paar Mal gearbeitet, aber sonst hat man das Gefühl, in der Qualifikationsrunde gar nicht der letzte FV da, oder Gewicht der Meisterschaft schon höher. Dann fragt man sich, warum hat man sich dann zu qualifizieren überhaupt, wenn man dann gar nicht richtig will. so gesehen schon fast wieder charmant, aber hochrisiko. Wobei, ich nehme jetzt nicht an, dass der Heiko von gut aus gegangen ist, dass seine Mannschaft mit 1 zu 6 aus dem Stadion geschossen wird. Nein, ich nehme auch nicht an, dass man das auf Taktiktafel geschrieben hat. Ziel heute 1 zu 6. Nein. Du hättest als Mannschaft zwar sagen können, das Goal, das wir schiessen, das können wir nicht garantieren, aber die 6, die wir kriegen, die können wir garantieren. Das bringst du her. Aber wie soll eine Mannschaft sonst reagieren? So viel Wechsel, das ist ja ein Signal an die Mannschaft. Der Match ist nicht ganz so wichtig, wie wir eigentlich tun. Obwohl es super Ligenspiel ist und alle wissen, dass die FC Basel so weit vorne wie möglich klassiert sein muss. Riesendiskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ich muss sagen, da ist die Führung für verantwortlich. Als Trainer oder Sportchef, der Vogel ist, Intrimstrainer, kannst du nicht einfach so viele Spieler wechseln. Die Message an die Mannschaft ist ganz klar, das ist nicht so wichtig, wie das vorher war. ist, was nicht stimmt, weil du hast eine Garantie, dass du nächstes Jahr in der Super League spielst. Ich glaube, das kann man sagen, oder könnte Basel abstiegen? Also, die Garantie hast du. Du musst alles versuchen, dass nächstes Jahr das perspektivische denken. Schön gesagt, muss man für sich selber auf die Schulter klopfen. In dieser Saison schon an die nächste Saison denken. Und dann ist nächstes Jahr wieder teilnehmen doch wichtiger am internationalen Wettbewerb, meine ich, als das Jahr gewinnen. Natürlich, wenn du das Jahr gewinnst, dann bist du automatisch dabei. Aber die Chance, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist, indem gute Leistungen erbringst, oder Leistungen bringen können in der Super League zum mindestens Fünften sein. Das sollte möglich sein. Die Chance, dass die Konferenz League auch nur die Drittklassen gewinnt, ist eigentlich kleiner. Darum, ja, müsste ich das sagen. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Jetzt müssen wir eigentlich froh sein, wenn wir schon so weit sind. Aber, was wir sicherstellen können, ist, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind. Und das ist einfacher, wenn wir gut schüttend in der Super League als darauf hoffen, dass wir im Finale gegen Wer spielen müssen. West Ham oder Alkmaar sind die zwei Optionen. Gar nicht so schlimm. West Ham sehe ich häufig in der Premier League spielen. Doch schlimm, ja. Ich glaube, die Laufkundschaft ist niemand, aber das ist auch Fiorentina nicht. Aber das ist dann in einem Spiel. Das ist das, was einen so perplex macht. Die Mannschaft kann ja etwas. ist ja nicht so, dass das eine schlecht funktionierende Mannschaft wäre, offenbar. Weil sonst würde sie sich ja nicht so gut metzgen. Was noch ein guter Punkt ist, den man ab und zu beobachten kann, gerade in dieser Konstellation, wenn kein Druck mehr rum ist, was jetzt bei Basel im Rob-Cup ist, wenn sie im Halbfinale sind, können sie sagen, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Aber wenn sie im Finale sind, ist der Druck dann gleich wieder da. Das ist ein Spiel. Und dann hast du das Ziel schon nahe vor Augen. Dann hast du das Gefühl, jetzt dürfen wir nicht versagen. Und dann passiert es dann genau. Also so einfach ist es dann schon auch nicht. Irgendwann kommt dann der Druck wieder. Ja, also er ist jetzt sicher auch schon ein bisschen da. Ich meine, man hat in Florenz 2-1 gewonnen. Es ist optimal gelaufen, trotz Rückstand. In der Schlussminute noch den Siegtreffer erzielt. Jetzt spielt man zu Hause von uns Haus. das erste Mal ausverkauft seit Jahren. 36'000 Zuschauer im St. Jakob Park. Es ist angerichtet für das grosse Fussballfest. Da kann jetzt wirklich Geschichte geschrieben werden, in ein europäischem Finale zu ziehen. Also der Druck wird kommen. Jetzt kann man sagen, es ist ein schöner Druck. Das werden Basler auch betonen. Also Münze auch. Das ist auch die einzige vernünftige Herangehensweise an das Thema. Gleichzeitig wird dann spannend sein. Was man jetzt sagen kann, aus dem 1-6 gegen St. Gaula kann man gar nicht so viel ableiten, weil man so viel gewechselt hat. Man hat unter anderem einen 15-Jährigen von Anfang an spielen am Wochenende und der hat einem dann fast ein bisschen leid getan. Also nicht fast, der hat einem leid getan. Marvin Ako Hohmann, der sicher ein grosses Talent ist. Unnationalspieler, zweimal auf verlorenen Posten war. Gleichzeitig ist es auch schwierig als so junger in eine Mannschaft reinkommen, die ja auch kein Automatismen hat, weil es so viele Wechsel gibt. Also er ist ja dann auch nicht alleine schon, sechs gegen Goals. Sagen wir es mal bei zweien nicht ideal ausgesehen. Beim einen sehr klaren Fehler gemacht. Es gibt Schiedsrichter, die noch zwei 5,50 geleistet hat, wo Basler dann auch nicht hilft. Es kommt dann auch viel zusammen. Aber am Ende steht man da und fragt sich, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus. Was denkst du, spielt Basel Europäisch nächste Saison oder nicht? Ich glaube schon, ja. Okay. Auf welchem Weg arbeitet sie? Jetzt habe ich meine Zuppe geschwätzt. Jetzt wieder raus. Dann müssen es eigentlich, gut, dann gewinnen sie die Conference League. Gut. Wäre gut, wäre schön. Es wäre sensationell. Es ist nicht übertrieben, wenn jemand das Wort sensationell braucht. Ja, dann hast du beides. Wie gesagt, ich finde den anderen Weg wahrscheinlicher und schlussendlich auch einfacher, aber das wäre spektakulärer und schöner und mit dem gleichen Ziel. dann noch. Also Basel im Halbfinale, Second leg am Donnerstag gegen Fiorentina. Top 4 hat es auch in der NHL schon. Dort ist man so weit, zu werden, Conference Finals gespielt. Das heisst, noch vier Mannschaften, zwei im Osten, zwei im Westen. Und die Mannschaften, die wir jetzt haben, man höre und staune, sind Las Vegas wissen wir seit kurzem, wir wissen Dallas seit kurzem, dann haben wir Florida Panthers auf der anderen Seite vom Kontinent und Carolina Hurricanes. Das sind Mannschaften, die wir früher sind. Je nachdem, wie man gesinnt ist politisch, hat man gesagt, Sonnengürtel oder es gibt auch den Bibelgürtel da durch, wobei der hört dann irgendwann bei Texas mal aus auf. Las Vegas Sündenpuhl eher nicht einem Bibelgürtel zugerechnet, aber es ist schon erstaunlich. Man hat Expansionsmannschaften, man hat Teams, die halb in Vergessenheit geraten sind, die nie von grünen Zwieg gekommen sind. Florida, glaube ich, im ersten Jahr 1996 mal im Final gewesen, dort Chancen los gegen Colorado. Carolina hat man auch immer so 2006 Stanley Cup Sieger, aber nachher irgendwie auch so nicht, es ist so etwas zwischendurch. Man hat nie das Gefühl, dass die richtig angekommen sind. Es ist halt, wir kriegen schon sehr viel mit, auch von diesen traditionellen Mannschaften, im Nordosten, hier oben Kanada, vielleicht noch Kalifornien, wo sich wirklich auch dank dem Weingrät ein bisschen festgesetzt hat. Aber was halten wir jetzt da von dem? Also der Bibelgürtel im Halbfinale der NHL-Player? Ich glaube, da sind in New York, wo zentral der NHL ist, wo zwar alle jetzt am jubeln, solange Kameras laufen, aber nachher wird man sich ziemlich schnell abwenden und sagen, oh. In Nordamerika redet man immer von den verschiedenen Märkten, Märkten, ich weiss gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch, Markets, also Regionen, die wichtig sind, wo es gut wäre, wenn sie weit kommen. die NHL würde sich schon länger mal wünschen, dass wieder die kanadische Mannschaft ganz, ganz weit kommt, dass traditionell scheidet man ja dann immer rechtzeitig aus als kanadisches Team, jetzt ist Edmonton die Letzte, die es erwünscht hat. Also, ich meine, für die NHL ist es sicher nicht ideal. Vegas ist eine gute Geschichte gewesen, damals, wo man ganz am Anfang die Liga eigentlich im Sturm erobert hat, als Expansion Team, das ist jetzt auch fünf, sechs Jahre her. Lass mich nicht lügen, etwas um das herum. Und ich glaube, die haben immer auch von dorthin rührend immer noch Sympathien. Carolina ist hockeytechnisch eine spannende Mannschaft. Jetzt einfach nicht sehr sexy mit allem, was drumherum ist. Das, was ich meine, ja, also mit dem Brendan Moore, die Konstanz, die sie aufgebaut haben, die spielt, wie sie glaubt, es gibt keine Mannschaft, einen Trainer, die so intensiv kontrolliert und systematisch vorgecheckt und den Gegner unter Druck gesetzt wie Carolina. Das ist beeindruckend. Aber der Name allein, wir Schweizer sagen, ja, Martin Gerber war dabei, klar. Absolut, genau. Ja, Nino Niederreiter hat auch mal kurz gespielt. Hat gespielt, aber so richtig erwärmen kann man sich für die Frenchies nicht. Es bewegt einem nicht. Florida ist auch so ein Fall. Die sind einfach unterhaltsam, weil sie das Hockey spielen, irgendwie direkt aus den 80er Jahren, hat man es gefühlt. Nein, also sehr, sehr robust. Auch Playoff-Hockey sagt man dann immer. Hat jetzt, hat zwei Top-Teams den Garaus gemacht, nacheinander. Sie ist Posten ausgescheit, in einer völlig träumligen Serie, die die meisten im dritten Drittel gefallen sind, in der Geschichte der NHL-Playoffs. Also ich glaube 26 oder 27 Goals. Das ist bei uns übergeschaut, dann ist die Statistik eingeblendet worden. Ich weiss nicht, ob es der aktuelle Stand, also ob es dann an der Schlussstand war, aber 6 oder 27 Goals waren es, die jeweils im dritten Drittel gefallen sind. Über die sieben Matchen. Zuerst Posten, dann sind Toronto ausgescheit. Und die, ja, die sind jetzt, ich glaube, die sind schwer aufzuhalten, weil die haben Qualität und gleichzeitig haben sie das Messer zwischen den zehn. Die haben einen von diesen diversen Katschaks, der Matthew Katschaks ist sie, Katschak ist es in dem Fall, der furchtbar sind, um dagegen zu spielen. Gute Eishockey-Spieler gleichzeitig, aber auch wirklich furchtbare Gestalten, weil sie sich auch als Mögliche rausnehmen, wenn der Schiedsrichter nicht schaut. Und manchmal auch, wenn er schaut, weil der Playoffs schaut der Schiedsrichter manchmal auch und denkt sich, ah komm, ist okay. Und das nützen die dann aus. Und die ganze Mannschaft spielten so. Jetzt haben sie mit Sergej Bobrovski einen Goalie, der wieder gemerkt hat, dass er ja eigentlich zehn Millionen Dollar verdient und darum auch mal einen halten konnte. Das hat er wirklich gemerkt, er hat wirklich den Eindruck gemerkt, ich bin ja eigentlich ein guter Goalie, warum mache ich das nicht ab? Jetzt mache ich es einfach. Bobrovski hat den Vertrag unterschrieben und seitdem die extremen Schwankungen, mal ein super, mal ein schlechtes ist. Jetzt hat er eigentlich wieder eine Schwache gehabt, sogar Alex Lyon, der Ersatzgoalie, angefangen, die Playoffs. Und als es dann gegen Boston schwierig geworden ist, hat man irgendwann mal den Goalie gewechselt, wie man es so macht. Und seit Bobrovski drin ist, ja, ist es Lauf, das kann man ganz verkürzt sagen. Die Geschichte ist schon noch verrückt von denen. Letztes Jahr haben die Presidents-Trophic gewonnen, also das beste Team von der Regular Season. Dann haben sie eigentlich ihre Kern, ihre Topstars, traded zu Calgary, haben Dekatschuk geholt und das Jahr mit dem letzten Spiel quasi in die Playoffs gerutscht und dann einfach die Position auch ausgenutzt als völliger Aussenseiter, der nichts mehr zu verlieren hat, am Boston rausgetecht und Toronto, wo notorisch eigentlich dem Playoff-Erfolg hinterherläuft. Fast eine tragische Geschichte schon dort mit diesen armen Fans, auch wenn wir das Gefühl haben, jetzt klappt es und es klappt. Das Jahr ist es Jahr. Es klappt dann wieder nicht, aber Florida tatsächlich nur also Carolina mit dem Aufbau, den sie haben und da hat man auch gedacht, da sind ein, zwei Spieler ausgefallen, russische, junge Russen, junge Finne, glaube ich, ausgefallen sind, der, der Teuverein, glaube ich, ausgefallen ist. Wichtige Spiele und die spielen einfach weiter, also ob nichts, wäre es schon beeindruckend. Ob das aber reicht, wenn dann die Metzli ins Spiel kommen, bei Florida, spannend zu schauen. Aber für den HHL schon noch, also die Bedeutung, das sind doch eher in den Mannschaften, wo man sonst sagt, das sind jetzt nicht die grossen Märkte, wird wahrscheinlich eine schwierige Zeit für Marketing. Für das Marketing Department. soll das als Erfolg verkaufen. Aber es gehört halt zu, das war Teil dieser Expansion, dass man den Sonnen- oder Bibelgürtel, wie man dem sagen will, eben ins Boot holt. Vielleicht hat man schon nicht mit dem gerechnet. Aber die Frage ist, wer hat die beste Chancen, wenn wir uns nicht auf die Mannschaften einigen müssen, sagen wir mal Ost gegen West, wenn wir schauen, was da kommt. Es gab ja immer so Schwankungen, einmal ist der Ost deutlich besser, hat man gemeint. Dann hat aber gleich eine Mannschaft aus dem Westen gewonnen. Los Angeles war so ein Fall, wo man gesagt hat, ja, der Ost ist viel tougher und mobiler, noch intensiver und dann am Schluss gewinnen die anderen. Ich habe das Gefühl, der Westen wird ein bisschen unterschätzt, also, weil man halt auch nicht so viel mitkriegt. Die ganz grossen Märkte, also eben New York, umgeinander, Boston, Toronto, Montreal, da wird der Westen ein bisschen links liegen gelassen und plötzlich merkt man dann, ja, was die dort hinten machen. Ja, also, wenn man die Kader auch anschaut, von diesen zwei Teams im Westen, das sind ja dann schon gute Teams. Man hat Dallas mit einem sehr, sehr guten, jungen Goalie, Jake, Attinger, der Erfinder von diesem sehr, sehr grausigen Bier, welches es wie ein Schweizer Discounter gibt, gerüchteweise. Oettinger, genau. Ist das nicht Ottakringer? Ich glaube nicht, aber das wäre österreichisches Bier. Nein, Oettinger heisst das Bier. Schreibt sich tatsächlich gleich. Miro Heisskanen, Klassik-Kamerad von Nico Hischer, im gleichen Draft gezogen wurde, ich glaube, drei oder vier, ich bin nicht mehr sicher, Makar oder Heisskanen zuerst gegangen ist, von diesen zwei Verteidigern. Rupa Hintz, der Finn mit dem besten Namen in der Geschichte von Finnland, Jason Robertson, also es ist eine gute Mannschaft, die auch einen jungen Kern hat, dazu so alte Schlachtrösser Ryan Soudar, wo man dann einmal stuhrt, ah, der ist noch da und der ist dann nicht einmal schlecht. Ja, Tyler Seguin ist immer noch dort. Genau, Biel-Legende, das erste, wo der Lütte ins Inn kommt. Das verwüstete Napartmann dort. Genau, richtig. Und Vegas hat mit Jack Eichel zum Beispiel einen von den Topspielern der Liga Tatsächlich, wo auf das Vegas geraten ist, nachdem er in Buffalo nicht mehr glücklich war und jetzt dort, ja, tatsächlich gross aufspielt. Den Westen darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, allerdings am Schluss ist es das Jahr von Florida. Es passt alles zusammen. Ich habe es zweimal so unterschätzt in den Serien. Jedes Mal sicher gewesen, dass es jetzt fertig ist. Und sie bringen alles mit. Sie bringen die Robustheit mit, sie bringen gewisse Abgezocktheit mit, sie haben Routinen und sie haben einen heissen Goalie. Also, ich weiss nicht, was noch fehlt. Von dem her, wenn ich mich festlegen muss, warum muss ich nicht die drei Züllen wetten? Sind es Florida Panthers, die das Rennen machen müssen? gut, das ist doch mal ein Wort. Gehen wir zum Endspurt? Gehen wir zum Endspurt, genau. Oder hast du überhaupt gar nicht gesagt, wer weiterkommt? Ja, nein, aber in Vegas hat mir immer schon gepasst, was die dort machen. Auch dank dem neuen System, die Expansion-Teams können viel bessere Leute holen als früher. Sie haben gemerkt, dass die auch sofort konkurrenzfähig sind. Würde mir am meisten Spass machen. Ich glaube, das wäre auch für Denigel das beste. Vegas kannst du noch verkaufen. Es ist zwar ein neuer, aber sehr grosser und attraktiver Markt. Gut, gehen wir zum Endspurt. Im Endspurt geht es zuerst um die Formel 1. Imola wird gefahren. Was erwarten wir? Nichts. Wir sagen nichts mehr über die Formel 1. Diese Woche erlauben wir uns den Gag noch. Sie sagen, dass wir nichts sagen. Es sind die Leute, die sagen, mich interessiert nicht, was andere Leute von mir halten. Indem sie sagen, zu, dass sie sehr wohl interessiert geht. Das Mal noch aber nächste Woche nichts mehr. Dennis, was ist jetzt los mit dem Wunderknab? Alcaraz schittert in der ersten Runde und das zwei Wochen vor Roland Garros. Gar nicht in der ersten Runde. Steht aber da. Aber es ist leider falsch. Er schittert früh in Rom und völlig unerwartet. Man staunt. Wird nächste Woche Nummer 1 werden? Czokovic überholen mit dem Resultat von Madrid. Und jetzt Duss völlig unvermittelt. Es zeigt sich, das Level, das die grossen drei waren, ein immenses Level war. Es war eine absolute Seite zu konstant sein, die frühen Runden immer zu überstehen. Die haben immer den Weg gefunden. Alcaraz ist es mal so passiert. wird ihm auch nicht schaden, aber doch ein kleines Fragezeichen, wenn es Richtung Ronogaros geht. Wie steckt er das weg? Gröbere Überraschung. Dominik Schneider, einmal aus dem Teilverband, aus dem Nord-Ost-Schweizer Schwingerverband, ist auf Zürich gekommen, auf Talmend Bruno, hat sich sehr verstaunt gesagt, wie viele Trams und Ampeln es gibt. Und dann hat er gewonnen. Nachher hat er auf den Muni verzichtet, wo Zeppelin heisst, das Muni. Das hat er nicht wollen, er ist erstaunlich, so vergeht der Raum der Welt, wenn das Landein aus dem Thurgau, wo erstaunt ist, wenn es Tram hat und viele Leute, er verzichtet nachher auf den Muni. Da fragt man sich schon, wo ist die Welt hingegraten? Europa wie das Wahrtheater im Fussball, war das wirklich das Ziel? Nein. Nein. Aber vielleicht wird es irgendwann besser. Urs Mayer hat Challenges vorgeschlagen. Wir auch letzte Woche. Also vor Urs Mayer. Genau. Aber ich glaube nicht, dass er bei uns abgeschrieben hat. Sicher ist, es ist eine Massenbewegung, wenn wir zwei und Kollege Mayer das vorschlagen. Es kann nicht mehr lange gehen. Und dann das International Board für Regeländerungen und Anpassungen logischerweise das auch einführen. Letzter Punkt, wichtigster Punkt, du gehst eher zur Winterthur auf der Schütze. Du gehst am Samstag wirklich Winter Servet schauen, wie du das schon einmal angekündigt hast. Tipp? 2-1 für Winter kann man nicht tun. Nein, wirst du gerade geköpft. Ich fühle mich auch wohler, wenn ich für die Heimmannschaft bin. Ausser gerade irgendwo als Rudel Servet Fan. Dann selbstverständlich würde ich mich opportunist, wenn ich sofort als Servet Fan zu erkennen geben. Ja, was willst du? 2-1 Winter ich glaube, ja gut, Winter hat ja die knappe Siegeserie gehabt. Aber ich glaube, es ist Superliga, es gibt ein Unentschieden. 1-1. Geil, ich versuche es normal mit einem Distantschuss zu treffen, aber das mal nur zu lassen. Und so endet es 1-1. Gut. Ich wäre einfach zufriedener, wenn Winter gewinnen würde. Es wäre sicher schöner. Wenn ich schon tippe bin. Leben ist kein Point-Off. Ist es nicht. Aber wir wollen schauen, wir sind gespannt, wir freuen uns. Bis nächste Woche. Pro und Konzer Pro